Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video zum Creper Octa. Ein Universal-Beamer-Adapter für Beamer-Haltungen, den man im Prinzip auch nur einmal kauft. Er passt oder wird einfach passend gemacht, durch seine universelle Anpassungsfähigkeit optimal. Er ist aus galvanisch verzinktem Stahl S355MC, dadurch magnetisch biegelsteif und natürlich auch stabil. Er ist für Projektoren mit Gewindebohren gemacht, hat eine symmetrische Adaption von 24 bis 33 mm. Mit wenigen Handgriffen hast du deinen Projektor perfekt montiert und ausgerichtet und darauf kommt es an. Beamer bis zu einem Gewicht von 20 kg können getragen werden. Jetzt zeige ich euch, wie einfach der Creper Octa zu montieren ist. Dazu habe ich das Ganze jetzt mal hier vorbereitet mit dem Hisense C1. Ich musste vorher hier diese Füßchen rausschrauben und habe dann hier Abstandsbolzen M4 montiert. Und habe das Ganze jetzt hier mal so im Prinzip mit diesem Stand hier mal vorbereitet. Und man sieht jetzt hier, wir können diese ganze Mimik, die ganze Mechanik hier beliebig hin und her schieben an jede Position. Und in dem Moment, wo ich jetzt hier diese Schrauben fixiere, ist das Ganze dann starr. So, das kann man genauso gut auch hier sehr kompakt oder in diese Richtung sehr kompakt. Man kann es aber auch in diese Richtung und man kann diese Creper Octa Adaption auch umgekehrt, dass die Stäben nach unten sind. Ich mache das jetzt mal ganz schnell. Und das passt, wie gesagt, universell an jeden bzw. an die meisten Beamer. Und wenn es einmal nicht passt, kann man dann noch zusätzliche Streben bekommen, wenn das Ganze jetzt noch weiter auseinander stehen würde. So, und das Ganze kann ich natürlich jetzt auch hier so rum montieren. Ich mache das jetzt einmal ganz schnell. So, vielleicht fällt es dem einen oder anderen besser so zu montieren. Das bleibt sich jetzt eigentlich gleich. Ich habe jetzt hier gleiche Situation. Ich kann genauso hier flexibel positionieren und natürlich arretieren. Ja, also den Sinn, den wirst du jetzt hier verstehen, wie das ist. Und zum Schluss bzw. vorher noch. Ich habe das Ganze jetzt mal so hier dargestellt, dass man es besser sieht, weil es geht ja hier um den Creper Octa. Man kann hier beispielsweise dann den Deckenhalter. Das ist jetzt ein kurzer Deckenhalter. Das ist jetzt der Ultimate, der jetzt hier auch passt. Aber hier geht auch zum Beispiel, hier kann man jetzt auch den Variofix, den ich dann vielleicht im Anschluss nochmal zeige. Variofix bedeutet, den stellen wir auf Maß her. Und dazu nehme ich euch jetzt nochmal kurz mit in die Fertigung. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. So, ich habe jetzt noch ein paar Teile. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nein!